Wir sind hier in Lintal auf der Ruhr-Wald-Bahne und haben in der Arbeitsvorbereitung Kabel bestellt für unsere Kabelzeit, die wir jetzt liefern werden. Wir fahren jetzt mit dem Van auf der Ruhr-Wald-Bahne und werden die Kabel dann umgeladen und an den Lagerplatz gebracht. Von der Ruhr-Wald-Bahne werden die Kabel wieder transportiert mit dem Traktor und dort legen wir sie an den Lagerplatz. Von dort nehmen wir die einzelnen Kabel und verschieben die Hörer, die es gebraucht werden muss. Wir sind jetzt hier in Lintal auf der Ruhr-Wald angekommen mit dem Kabel, den wir gegriffen haben. Wie man sieht, da hinten ist gerade das Stammkabel drauf, das nachher in die Zentrale auf Leute runtergezogen wird. Und da läuft man gerade hinten der Bahn hier auf die Trasse runter. Bis zum nächsten Mal! Hier oben sind wir jetzt am Lagerplatz angekommen, wo wir alle Probinen lagern müssen und dann müssen wir die Probinen punktuell zu den Standort bringen, wo wir sie dann einziehen können. Hier haben wir eine Transportfirma, die uns hier oben unterstützt. Bis zum nächsten Mal.